Herzlich Willkommen zur Fortbildung Lernteken in der Grundschule. In dieser Fortbildung lernst du die Vorteile der Lerntekenarbeit als eine Form des offenen Unterrichts kennen. Gemeinsam werden wir uns mit den organisatorischen Rahmenbedingungen beschäftigen und neben Ideen und Inspirationen für deinen Unterricht lernst du verschiedene digitale Tools kennen, mit denen du Materialien für deine Lernteke gestalten und dabei auch die Interessen und Fähigkeiten deiner Schüler und Schülerinnen berücksichtigen kannst. Zum Beispiel zeige ich dir, wie du für deine Schüler und Schülerinnen, die am besten auditiv lernen, ein Audio-Rätsel mit dem Tool Wokaro erstellen kannst oder wie du mit einem Whiteboard von Flinger den motorischen Schreibfluss deiner Schüler und Schülerinnen fördern kannst. Zudem zeige ich dir zwei Möglichkeiten, Lernteken digital zu erstellen, zum Beispiel mit einer Pinnwand von Taskcards, die du bunt und anschaulich für deine Schüler und Schüler gestalten sowie mit Text, Bild und Links befüllen kannst. Abschließend lernst du, worauf du bei der Ein- und Durchführung von Lernteken achten kannst. Du kannst nach Abschluss dieser Fortbildung also direkt mit der Lerntekenarbeit beginnen.